Einen wunderschönen guten Tag miteinander und größer aus dem Fahrradaufbau, Heizungswasch, Trockenraum, Keller. Wirklich vielen Dank an das Vieh, weil ich habe bei mir einfach keinen Platz. Und vielen Dank auch an Tenways für das Zurverfügungstellen ihres Fahrrads CGO 600 Pro. Link ist in der Beschreibung, deswegen steht hier auch irgendwie bei irgendwas. Aber ich werde nicht bezahlt, ich bekomme nur das Produkt und darf darüber sagen, was ich will. Darf ich das? Keine Ahnung, ich mache es auf jeden Fall. Und das wird jetzt ausgepackt, aufgebaut und getestet. Und ich höre auch schon, da kommt unser Fahrradliebhabender Vati. Das ist sehr happy halt. Professionell. Das Bike ist sehr angenehm verpackt und auch sicher verpackt. Ja, das ist schön. Mein erster Eindruck, noch unzusammengebaut, mir gefällt die Lackierung sehr, sehr gut. Die ist richtig, richtig nice. Und auch der Akku, der ist sehr, sehr schmal, schön eingefasst. Oh ja, das wird schick, wenn es fertig ist. Oh, also ja, 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 ja. Das Werkzeug wurde verpackt, das wären das Fabergé-Eier. Aber, ja, das ist auf jeden Fall vorhanden. Hier ist die Anleitung, die wir natürlich nie benutzen. Ladegewinz, Pedale. Ja, und dann... Hochprofessionell. Ja, auf jeden Fall. Dann bauen wir es mal hochprofessionell auf. Was ist denn das? Ja, der N-Reflektor ist für immer hinter der Heizung. Schicht? Hat der mal eine ganz dünne Hand und keine Ekelgrenze? Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchst du eine ganz große Ekelgrenze. Ah, verdammt. Okay, dann nochmal. Und es ist vollbracht. Das Fahrrad ist aufgebaut. Die Folie ist abgezogen. Und jetzt bin ich gespannt, der... Na gut, ich vermute mal dieser Knopf lange drücken. Das ist aber ein... Hier? Nee. Doch. Ja, da ist noch ein kleiner Klaments. Passwort. Ich habe 27 und mein Passwort einzigen. Wo steht denn das Passwort? Vielleicht musst du ja jetzt festlegen. Nee. Ich... Oh, nee. Nee, ich habe ja nur... Ich habe ja nur noch 15 Sekunden. Dann fliegt das in die Luft. Nee, ich habe ihn nicht. Oh, das muss ich im Schnelldücken nicht ab runterladen. Hass. Unendlicher Hass. Viel zu viel zu lesen. Ach so, es wird so spät. Was ist denn? Oh, ich hasse sowas. Sowas, sowas. Oder warte mal. Ach so, hier. Hier steht doch der Code. Witz. Witz. Manchmal sollte man nicht so kompliziert denken. Man sieht doch mal drei Chancen. Wie gebe ich denn überhaupt ein? Hier. Ich wollte noch nicht sagen. Wie zeigst du den jetzt? Das ist mir... Sieben. Zwei. Error. Hier steht es doch. Drei, eins. Das schaffe ich nicht mehr in zehn Sekunden. Es wird es neu liegen, dass das der Code ist eigentlich. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, guck mal auf der Umsetzung. Hört man. Drei, eins, sieben, zwölf. Willst du denn das jetzt abläufen lassen oder bestätigen? Ja, ich habe nochmal den Knopf gedrückt dann schon da. Error. Ich lade. Lass mal abläufen jetzt. Ach, das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, sein Fahrrad anzumachen. Ach, du müsstest jedes Mal anzumachen. Das weiß ich nicht. Das ist mein allererstes Mal. Ach, du hattest noch nie sechs vorher. Wäre ich nicht vier, dann hätte ich wieder eins zweifeln. Was? Was haben wir jetzt gemacht? Okay. Ich raste hier glück im Blätter. Und jetzt? Wir bestellen dich mal jetzt. Na, M habe ich ja schon mal gedrückt. Error. Error, das ist jetzt fast wo. Ich habe gerade bei YouTube nachgeschaut und derjenige... Warte mal. Ja, der klickt einfach durch. Du brauchst mal keinen Code. Ich verstehe das selber nicht. Du kannst theoretisch einen Code jetzt anlegen, scheinbar. Wir wollen aber keinen Code. Das ist irgendeine Knastnummer oder was? Ich fass es nicht. Ja, das funktioniert scheinbar. Wir hätten ja dann heute auch in der Höhe gestanden. Drei Stufen hat es. Oh, 60% Akku oder immer. Das funktioniert scheinbar. Wenn es sehr klein war, ist eine Brille. Aber eine schöne Anleitung, die ist wirklich... Gute Qualität. Das beste an dem Ort ist die Anleitung. Also ich könnte das auch rausschneiden eigentlich. Da würden wir nie wie solche Trottel dastehen, aber... Die Arbeit ist getan mit dem Pfad. Und die Mutti macht schon wieder Essen. Ist das nicht herrlich. Ich muss nur durchziehen. Mich hat das Zeigen das Fettige. Okay, erstmal Hände waschen. Hm. Das ist ein seriöses Review. Die Hände waschen, fass mich nicht an. Das sind ekelhafte Hände. Geh weg. Kalb. Jetzt habe ich eigentlich nur eine Frage. Schmeckt es? Das hoffe ich. Und danke für die Einladung. Und fürs Machen. Das war jetzt aber Kenia. Ja, das schmeckt schon hier vorher so. Doch, natürlich. Ja, ja, das schmeckt sehr gut. Das ist mein Qualität. Also die ersten Meter, bzw. der erste Kilometer, den ich jetzt gefahren bin, reicht schon aus. Um zu sagen, man kann sehr komfortabel damit fahren. Das Fahrrad unterstützt angenehm. Lichtleuchtet übrigens auch. Aber nicht so schubartig. Also man merkt hier, dass es auf jeden Fall nur die 250 Watt hat, die in Deutschland auch legitim sind und legal. Das ist schon ein bisschen weniger, als man so gewohnt ist von den E-Bikes meistens, von den Schnetzen. Und ja, um es kurz zu fassen, erster Fahreindruck. Fährt sich sehr, sehr angenehm. Auch die Bremsen funktionieren hervorragend. Alles sehr, sehr nice. Mir gefällt vor allem auch, dass das Licht hier feststehend im Rahmen ist. Ich bin bergrunter gerade 42 kmh schnell gerollt. Und das hat sich auf jeden Fall angenehm und sicher angefühlt auf dem Rad. Alles bis 25 kmh ist ein absoluter Traum. Was darüber ist, muss man natürlich dann mit eigener Muskelkraft bringen. Das Problem ist, es gibt nur einen Gang. Ja, wie löst man jetzt das Problem? Man tritt schneller. Aber ich sag's mal so, zwischen Mahlzeit, zwischen 25 und 30 geht's noch. Man tritt aber meiner Meinung nach schon viel zu schnell in die Pedale. Und alles, was über 30 ist, was man dann fahren möchte, nee. Okay, also wer eine richtig ordentliche Reisegeschwindigkeit hier an den Tag legen will, ist hier falsch. So, nach mittlerweile 11,2 km insgesamt kann ich echt sagen, dass dieses Rad sich unfassbar weich fährt. Das ist richtig krass. Wenn man nicht in die Pedalen tritt, dann ist die Narbe zwar ziemlich laut. Während man aber tritt, ist das so unfassbar geräuschlos. Das ist echt krass. Also unfassbar angenehm, da mitzufahren. Unfassbar angenehm. Was zum Geier. Ich glaube, das hat massive Probleme im System vor, so. Ho den Sack. In der Nachtfahrt, ganz entspannt jetzt. 57 km sind gleich absolviert. 40% Akku noch. Das Licht ist sehr angenehm. Ja, ich denke mal, morgen gibt es ein Fazit. Wir haben gerade noch Luft drauf gemacht hier an der Tanke. Das ist sehr praktisch, dass es auch mit den Ventilen geht. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Es ist soweit. Es gibt ein Fazit. Und zwar nach 67,7 Kilometern. Ja, ich mag das Fahrrad sehr. Ich mag es wirklich sehr. Das Design ist cool. Es macht unfassbar Spaß damit zu fahren. Es ist alles dabei, was man braucht. Also positiv bewerten würde ich vor allem die Ausstattung mit den Schutzblechen. Die Kette, das integrierte Licht vorne. Das ist wirklich hervorragend gemacht. Dass es das natürlich hier so hinten einzeln gibt, das verstehe ich nicht. Warum ist hier kein rotes LED mit hinten drin? Sattel ist bequem. Ordentlich, ja, kann man sich jetzt nie aufregen drüber. Gibt schönere, aber naja. Für Schluss alles klappt. Die Pedalen persönlich finde ich sehr, sehr gut. Die sind exakt so das Mittelding aus allem. Ja, sonst Schaltungen gibt es ja nicht. Muss man ja nicht zu verreden. Bremsen sind sehr, sehr angenehm. Also wirklich, kann man schon fast sagen, perfekt. Reifen, ja, ordentlich gewählt, passend. Der Akku ist sehr schmal, ordentlich verstaut. Das Fahrrad ist immer noch sehr leicht. Trotz des Akkus ließ sich schön laden, angenehm alles. Kann man nicht meckern. Könnte ein bisschen größer sein, auch was die Kapazität angeht. Aber naja, gut. Man will das Fahrrad ja schmal lassen und auch leicht lassen. Dann ist es halt normal. Aufbau ging schnell. Ja, wie man sieht, habe ich es natürlich nicht richtig zusammengebaut. Aber ich sage es mal so, sechs Schrauben lösen und wieder anziehen, ist mir einfach zu anstrengend. Ich meine, es fährt ja offensichtlich auch so. Und ich konnte fast 70 Kilometer völlig problemlos damit zurücklegen. Ja, die Griffe, die sind relativ angenehm. Ich hätte jetzt nicht genau die gewählt, aber lassen sich ja leicht entfernen, wenn die eben nicht passen. Klingelt, ist auf jeden Fall süß. Das Ganze mit dem Bedienen und so, ja, reicht auf jeden Fall aus. Auch wenn es am Anfang das ein oder andere Problem gab. Es war auf jeden Fall sehr lustig, wie wir uns angestellt haben. Das Bike ist einfach perfekt für jeden, der damit früh zur Arbeit fahren will und nach der Arbeit wieder nach Hause. Und das jeden Tag. Dann zweimal die Woche den Akku laden und ja, so würde ich es beschreiben. Genau dafür ist es gemacht. Für Wege wie diesen, für Straßen und so weiter. Hat natürlich keine Federung, wie man unschwer erkennen kann. Deswegen ist es natürlich nicht fürs Gelände gemacht. Und wer 1,85 ist, so wie ich, den ist die Größe L auch hervorragend. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne, aber nicht mir. Also ich mag das Fahrrad auf jeden Fall und würde dem auch eine ziemlich gute Bewertung geben. Auch für den Preis. Wer damit schon Erfahrung hat, wer das schon besitzt, eine Weile gerne mal kurz euer Fazit zu dem Produkt in die Beschreibung. Vielleicht ist ja jemand damit unzufrieden. Vielleicht ist jemand da noch zufriedener als ich. Wie auch immer. Wir sehen uns hoffentlich zeitnah mal wieder. Euer Max Beigberg.